Das bringt nicht viel. So, das ist jetzt die erste gemeinsame Mahlzeit. Wobei Finn sich noch erstmal an Hartfutter gewöhnen muss. Bisher hat er nur Nassfutter gehabt. Ah, jetzt muss er aber erstmal die Umgebung auskundschaften. Das ist ja alles so aufregend. Da ist noch viel zu groß. Das ist ja alles so aufregend. Niki, guck mal. Müssen wir dem Finn auch was geben, ne? Finn, guck mal da. Guck mal da. Oh ja, guck mal da. Guck mal da. Hm. Hört ja das Profil schon auf. Guck mal, Finn. Finn. Das ist für Finn, Niki. Finn, komm mal her. Finn. Aber er knackt wohl. Noch ein Krümelchen. Finn. Hier, guck mal. Hm. Das ist lecker. Niki auch, ne? Ja, Niki auch. Wagner. Komm schon auf. 時々 little. Voll so auf. Immer nicht zurück. Oh ja. Komm, habетсяン. Weekend. D senable wload. Ja, ich bin jetzt... Dieныйattering. Ich bin gespannt, wann er wohl von alleine zum Topf hingeht. Ja, er will auch die Langordnung abwarten. Ist auch möglich. Werden wir einfach mal abwarten. Bis jetzt sucht er ja noch da so auf dem Teppich. Ja, ja, warten wir es mal ab. So funktioniert es ja schon richtig gut.